Ja, und da sind wir wieder mit Nier Automata. Einen schönen guten Tag. Ich hoffe euch geht's alle gut. Wir warten noch ganz kurz bis das Spiel wieder geladen hat und dann schauen wir mal. Wir sind ja immer noch in der Wüste. Schauen wir mal, wo wir stehen geblieben waren. Es sind ein paar Tage vergangen, bis ich wieder aufnehmen konnte. Leider. Ich hoffe mal, ich habe jetzt die Soundprobleme in den Griff bekommen. Sorry dafür bei den ersten zwei Teilen. Aber ich habe mir überlegt, das nochmal aufzunehmen. Nein. Fängt hier gut an. Man kann auf diese Auflad kommen ohne Probleme mit dem leichten Angriff unterbrechen. Wow. Wie habe ich das gemacht? Was mich hier immer sehr interessieren würde und ich würde mich darüber riesig freuen, wenn ihr in den Kommentaren einfach mir persönlich Verbesserungsvorschläge da lässt und mir auch sagt, was ihr euch vielleicht wünscht in Zukunft, was ich mal zocken soll. Ich kann euch zwar nicht versprechen, dass ich dann alles davon auch zocken werde, aber ich werde mir auf jeden Fall Inspirationen davon holen. So, wir müssen ja den roten Punkten nach. Oh, was ist das? Oh. Wow. Was zum Teufel ist das? Wow. Okay, die hauen mich weg. Aber, hey, da liegen ganz viele Teile. Hey, das verschwindet das Zeug. Hm. Hm. Man fühlt sich direkt richtig warm, wenn man hier durchläuft. Sand, Sonne. Dieser leichte Wärme-Effekt. Geil. Ich glaube, da steckt ein bisschen mehr rein, ne? Was ist das? Oh. Das war's. Das war's für heute. Oh, where's this? Die. Run. Run. Scary. Scary? Oh, ich glaube, wir sollen ihn da her. Erstmal hole ich mir das Teil da drüben. Oh, ich glaube, wir sollen ihn da her. Oh, das war mal riesiges Wohngebiet. Wüstenwohnungen. Ja, das ist richtig. Oh, ich glaube, wir sollen ihn da her. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Run! Run! Man, ich traue mich gerade gar nicht zu reden wegen dieses Hintergrundliedes. Richtig geil, die Atmosphäre. Androids are scary. Scary. So kill. Scary. Scary. Cruel. Steady. Scary. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm, du bist breit ab von dem Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm, du bist breit ab von dem Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, aus die Beine Ah, aus die Beine Ja, boy, die Handeln Ah, aus die Beine Ah, aus die Beine Ah, aus die Beine Als ob er Angst hat Schauen wir, was es da oben gibt, ob es da überhaupt aufgeht Ah, aus die Beine Ah, aus die Beine Hypothesis They were killed by local machine life forms What are they doing here? It's like they were gathered here Or are they doing here? Or are they doing here in the fall? Or are they doing here in the fall? Or are they doing here in the fall? Multiple machines detected ahead But what's with these android bodies Stay focused Oh Oh Child They don't have any feelings They're just imitating human speech Let's take them out I'll get you for this Okay Okay Kill the androids Kill the androids Hatred Pain Slaughter Kill the androids this cannot continue this cannot continue this cannot Ok Das waren definitiv zu viel Sollen die alle umhauen? Müssen wir noch mal probieren? Oh, ich glaube wir müssen auch noch mal den großen Kämpfen Dann müssen wir hier Ja Dann müssen wir hier Die Kamera macht immer noch so komische Faxen Dann müssen wir hier Dann müssen wir hier Wenn es an mir ging, würde ich ja die Roboter nicht einfach abschlachten, aber Glauben wir, dass es anders geht Zwei Maschinen sind vorhin Aber was ist mit diesen Android-Böden? Bleib fokussed Vor allem die Mario auch nichts Erst wenn ich angegriffen habe Das haben wir uns ja schon angeguckt Ich verspringen es mal Elegant Ich hermese Nein, du werd sie fast forever Together forever ilt Vielleicht... bevor wir den... obwohl... Toys, kill, destroy, I love you, kill, hatred, aim, slaughter Sehr gut, jetzt level up kam genau richtig Wir müssen das nicht weitergehen Das kann nicht weitergehen Das kann nicht weitergehen Das kann nicht weitergehen Das kann nicht weitergehen. Was ist passiert? Oh-oh. Was ist ein android? Nein, das ist eine Maschine. Das kann nicht weitergehen. Ähm. Das kann nicht weitergehen. Das kann nicht weitergehen. Das kann nicht weitergehen. Das kann nicht weitergehen. Sword, dodge, projectile. Oh ja, ich glaube auch. 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 Oh. 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 Oh ja, ich glaube auch. 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 Get out of here! Come on! Through that hole! Hier ist aber ein abruptes Ende. Die Sie haben gesehen. Sie sind uns sicher. Was einfach wirklich durfte? Ich weiß. Ich habe nie eine Maschine wie so gesehen. Wir sollten das besser an die Kommandant informieren. Lass uns zu einem Bereich mit besseren Rezeption gehen, damit wir die Kommandant zu kontaktieren können. Na dann suchen wir mal. Oh, dieses Lied ist geil. Ach ja, ausgeglichen, ne? Ach ja. Es ist wie eine Maschine, du weißt? Ach ja, ausgeglichen, ne? Nein! Nein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, da kann man nix mitmachen. Ich habe jetzt keinen Zugriff drauf. Ja, warte mal, wir sind ja eigentlich da. Da oben vielleicht rum? Nein, das ist gut. Wir sollten hier erreichen. 9S zu Bunker, du hast es? Ich lege Ihnen, 9S. Geh zuerst. Operator, wir... Wir haben gerade ein paar Humanoid-Machines. Wir konnten sie nicht mehr, aber ich habe Combat-Daten bereit für Aufladen. Entstanden. Bereit zu bekommen. Ich hoffe, du kannst etwas davon bekommen. Aber... Ich will mir sehen, dass es da eine tiefere Story gibt. Ich kann es kaum erwarten, rauszufinden, um was das geht. Aberciefe würde ich nicht mehr, bis jetzt... Und immer wieder auf die Worte zu haben. da oben vielleicht lang Kommen wir da nicht auf? Doch Die Kamerasteuerung fällt mir überhaupt nicht Leider Man merkt auf jeden Fall, dass es für die Konsole gekommen ist und dass es nur portiert worden ist Das Kameramovement ist echt schlecht portiert worden meiner Meinung nach Zumindest Vielleicht mache ich ja was falsch, wer weiß Wenn jemand einen Tipp hat Ich nehme alles gerne an Hier geht es auch nur weiter Oh ja Ratsch Da ist Ich nehme alles gerne an Ich nehme alles gerne an Ich nehme alles gerne an Vielleicht geht es da, links dann lang. Das sieht auf der Mini-Mapper aus wie so ein kleiner Weg. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wie sind wir hier? Das ist gut aus. Das ist gut aus. Das ist gut aus. Das ist gut aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Na, der ist erst zack da hinten in der Ring. Wieder ran. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder zurück in das Lager vielleicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. All right, let's go back. You got it. Hey, welcome back. Thanks for securing access to those desert resources. It's a huge help. I know it isn't much, but please take this. It's the least I can do. Oh, and be sure to swing by if you ever need anything, all right? Knallkopf, ach, das ist... Den haben wir aber schon mal getroffen. I'm so happy to know I know it's a little bit. I know it. I know it. I know it.